So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramseyster, Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich war heute auch den ganzen Tag draußen und hab da eine Forschung gemacht und ausgefüllt. Das Video möchte ich euch morgen zeigen. Heute kam eigentlich 15 Uhr ein Video, wie ich meine erste Zergadezelle bei dem Havanero-Account gefunden habe und wie ich dann mein zweites Zergade abgeholt habe. Das findet ihr leider nicht bei den Uploads als letztes Video, weil das am 21. September irgendwie drin steht. Aber ich hab's mal im Community-Tab nochmal gepostet. Also, war ein cooles Video, muss ich sagen. Steckt mehr Arbeit drin als in vielen anderen Videos, wo man einfach nur da sitzt und was abliest. Guckt's euch gerne mal an, weil das geht jetzt total unter. Das wäre voll schade, weil das wird jetzt einfach nicht mehr angezeigt. Das muss man selber jetzt suchen. Das ist irgendwie total behindert. Warum das so ist, ist viel zu kompliziert, das zu erklären. Aber es wird schon wieder ein neues Event angekündigt. Denn wir wissen ja, es gibt ein neues Spiel dann. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück für die Nintendo Switch. Und dazu wird es in Pokémon Go natürlich auch ein Event geben. Es gab ja schon mal das Meisterdetektiv Pikachu Pikachu, was dann aus Fotobombs kam, vor ein paar Jahren. Was Shiny sein konnte, aus Versehen. Und einer das gekriegt hat und jetzt ist er der Gott der Welt geworden. Und jetzt kommt das offiziell für alle wohl zurück. Und jeder kann das als Shiny kriegen, sodass das gar keinen Wert mehr hat. Feiert das Release von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Ich nehme das Video jetzt übrigens vor der Hannes-Bier-Tasting-Premiere auf, 20 Uhr. Werde das aber 21 Uhr oder so nach der Bier-Tasting-Premiere dann raushauen, damit man in Ruhe die Bier-Tasting-Premiere gucken kann. So, wir sehen hier Pikachu. Wir sehen Raichu. Wir sehen Fleckmon. Und alle haben so einen komischen Hut auf, beziehungsweise Fleckmon hat einen anderen Hut auf als die zwei. Ihr habt eine verregnete Straße. Das sieht alles auf jeden Fall total einladend aus, sage ich mal dazu. Und jetzt gucken wir mal, was hier steht. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Von Donnerstag, den 5. Oktober um 10 Uhr bis Montag, den 9. Oktober um 20 Uhr. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste am Freitag oder Samstag Hannes kommen, wegen der WWE-Großveranstaltung, und eine Woche dableiben. Das ist also genau in dem Zeitraum, wo dann auch das Event ist, also das von Donnerstag bis Montag. Dann könnten wir also ein bisschen in dem Event zusammen zocken. Ich hatte ja eh vor, mit dem Hannes eigentlich den Schling-King-Community-Raid zu machen und ein Krypto-Lavados-Community-Raid zu machen. Was erwartet jetzt aber uns in dem Event? Was erwartet euch in dem Event? Ihr habt hier Pikachu mit Detektivmütze in der Wildnis. Wie gesagt, das gab es aus Fotopombs das eine Mal. Jetzt könnt ihr das Wild antreffen, mit Mütze, in Shiny. Ist dann nicht mehr so viel wert, aber ist ja doch was wert, weil das kriegt ja eh wieder nicht jeder. Fucano vermehrt, was jetzt gerade, wir werden auch die ganze Zeit überall sitzt, da aber auch wieder vermehrt. Fleckmon mit Hut, das erste Mal, also das müsst ihr euch auf jeden Fall schnappen. Alola, Kokowai, Carbador, Xadu, Blubella, Luturzel, Palimpalim, Bronzel, Pikulende, Wommel, Legios. Legios sieht man auch mega selten, wer noch keinen Satz schlagt hier zu, aber kannst du eh nicht entwickeln und ist, glaube ich, für nichts nützlich. Wommel für Pokédex-Eintrag, wer da hier die Weiterentwicklung noch nicht hat, weil das ist auch irgendwie gefühlt selten. Pikulende sitzt jetzt auch die ganze Zeit mit rum momentan, ist vielleicht nicht so wichtig. Bronzel hat, glaube ich, eine erhöhte Shiny-Rade, Palimpalim gibt mächtig viel Staub, wer sonst viel Staub gibt, weiß ich gerade nicht. Alola, Kokowai hat, glaube ich, auch eine erhöhte Shiny-Rade und Carbador ist auf jeden Fall gut für Garados, für Bonbons. Garados, Garados, 100 IV hochziehen, sonst was. Mega Garados, Mega-Entwicklung, auf jeden Fall starkes, nützliches, geniales Pokémon. Mein Ziel wird sein, vielleicht ein paar Carbador-Bonbons zu machen, damit ich mal ein Mega-Garados hochziehen kann, damit ich eine gute Mega-Entwicklung habe. Shiny-Jagd ist für mich jetzt auf dem Habanero-Account nicht mehr interessant, weil ich spiele halt jetzt nicht mehr so groß. Ich informiere euch und mache Forschungen und begrüße Raid-Bosse und so, aber ansonsten, ja. Neu wäre natürlich also das Pikachu mit der Detektivmütze, das Fleckmon mit dem Hut und ansonsten würde ich Bonbons sammeln für Carbador und Staubfarmen bei Palimpalim so, aber mein Spielerlebnis ist halt jetzt wieder ein komplett anderes. Pokémon bei Feldforschung stehen hier dabei, Mogelbaum, Serpy, Feuer und Bautz. Bautz kann auch nicht Shiny sein, finde ich jetzt alle eigentlich auch nicht so krass oder überragend. Es wird Sammlerherausforderungen geben, die gab es schon ewig nicht mehr, ich glaube beim Go-Face gab es die letzten. Das ist schön, um eure Medaille zu pushen. Sowieso, wenn man auf dem Weg noch zu Level 50 wieder ist, da braucht man ja eh irgendwann so und so viele Platin-Medaillen, ist das also eine gute Möglichkeit, mal was leichter zu pushen. Event-Boni. Wenn ihr Schnappschüsse macht, könnt ihr einmal pro Tag eine überraschende Begegnung mit einem Pikachu-Meditetiv mitzuhaben. Damals war das so, aber wenn es das jetzt wild gibt, ist das dann so wichtig, dass das auch aus der Fotobomb kommt. Und es gibt doppelte EP für das Drehen von Pogestops während des Events. Es wird eine befristete Forschung geben, zumeist der Detektiv Pikachu und wie in der Yandy kennen, haben die weiter unten bestimmt noch eine ticketpflichtige Forschung, die ihr auch erwerben könnt. Aber schön, dass zu jedem Event, was kommt, man jetzt eine kleine Forschung machen kann, weil das ist für mich der Anreiz, rauszugehen und ein Video zu machen, rumzulaufen, die Aufgaben zu lösen. Wenn mir jemand sagt, fange 10 Pokémon, entwickle 10 Pokémon, verschicke 10 Pokémon, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn da nichts steht, dann gehe ich nicht raus und fange 10 Pokémon, weil ich mir denke, ja wofür. So, da bin ich mittlerweile angekommen und deswegen, neue Avatar-Posen gibt es auch. Also ich freue mich auf die befristete Forschung. Das ist mir wichtiger als Hunderter, als Shinies, als alles andere. Ich will mir die Aufgaben angucken und dann die Belohnungen mich überraschen lassen, ob da was drin ist oder nicht. Oh, der Artikel ist zu Ende. Es gibt keine Ticket-Forschung. Was wird da denn los? Neue Avatar-Pose, die Meisterdetektiv-Pikachu-Avatar-Pose ist ab dem 5. Oktober im Shop erhältlich. Mit ihr könnt ihr eurem elektrisierenden Lieblingsdetektiv nacheifern. Da ich ja mittlerweile jetzt Free-to-Play zocke und gar nichts mehr investiere, deswegen leider auch keine Raid-Einladungen mehr annehmen kann, ich werde den ganzen Tag zu bombardiert, der lädt ein, der lädt ein, der lädt ein, hab keinen Fan-Raid-Pass, kann keinen kaufen, tut mir leid, mit mir ist nichts mehr los. Ja, kann ich mir natürlich auch keine Avatar-Pose kaufen. Ob ich mir die sonst gekauft hätte? Wahrscheinlich auch nicht. Weil ich habe eine coole Pose gehabt, die man auch aus der GBL und so ziehen konnte immer. Bei Kampftagen oder so gab es ja auch mal coole Sachen oder bei Level-Aufstiegen. Würdet ihr euch die neue Avatar-Pose zulegen? Schreibt es mal in die Kommentare. Zockt ihr überhaupt noch? Schreibt es mal rein. Was sind eure Ziele in dem Event? Ist es eigentlich überschaubar? Ein paar coole Pokémon, zwei neue kostümierte Shinies, obwohl das eine ja gar nicht neu ist. Und, ja, also die Spawns sind eigentlich relativ schwach, aber es ist trotzdem was dabei. Wenn du jetzt nichts hast, kannst du mit allen Dingen irgendwo ein bisschen was anfangen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Jetzt gucke ich die Premiere. Von 21 Uhr haue ich euch das Video noch raus. Und ihr schreibt rein, was ihr davon haltet. Und checkt den Community-Tab mal aus und guckt euch dieses Zergade-2-Zelle-1-Video an. Ich habe mir den Arsch abgelaufen dort und habe da, weiß ich nicht, ich fand das voll cool. Vor allem ist da so ein super Shop gezeigt in der Stadt, den ich das erste Mal gesehen habe, den ich auch total genial fand. Das war das Problem, wenn das aus Versehen schon mal online gekommen ist und du es dann schnell privat gestellt hast, dass das nicht merkt, dass das jetzt wieder da ist, sondern es denkt, naja, wir tun das, was da war, wieder freischalten. Was so lange zurückliegt, dass das einfach niemand mehr sieht und auf dem Schirm hat. Dadurch, dass ich ja so viel hochlad, immer zu und so viele andere Sachen mache, ist das jetzt irgendwie zwei Wochen gefühlt zurück auf dem Kanal zu finden. Was aber keiner sieht, der jetzt auf den Kanal geht, der sieht ja nur die aktuellen Uploads. So, jetzt haben wir acht Minuten gequasselt, jetzt können wir es monetarisieren und sagen, Peace out for out, euer Ramses.